So der Boost Kanal und wir haben es auch endlich geschafft die Adrenalin XL Booster uns zu kaufen und zwar die zu World2Brasil 2014 Booster und ja da haben wir gleich vier Booster wie man hier schön sehen kann die sind natürlich noch etwas länger draußen und wir haben es jetzt endlich auch mal geschafft uns welche zu kaufen deshalb fange ich auch gleich mal mit dem ersten Booster an so da habe ich einmal hier Brodizzo einmal Milner Marquisio Marquisio glaube ich dritte richtig ausgesprochen Kavaranovic Modric und unsere Powerkarte ist einmal Akinev oder wie man ausspricht und zwar ein Goldstopper schönes erstes Booster komme ich gleich zum zweiten so da haben wir hier einmal Luis einmal Joe Hart einmal Andersen einmal Osvaldo und einmal Schirchkopf und unsere Powerkarte ist einmal Pirlo als Starplayer hier drittes Booster drittes Booster einmal Gatzrola Hummels Mandzukic Anjokov Lugano und unsere Powerkarte ist einmal Henriksen als Rizzing Star dann komme ich hier gleich zum vierten und letzten Booster dieses Videos von den April XL Karten dann da haben wir einmal da haben wir einmal Oriberi einmal Hulk einmal Chelsen oder so McLean Ollison und unsere Powerkarte ist einmal Martins Indie Rizzing Star ok für vier Booster leider ein etwas schlechter Pull wie ich finde man kann aber nicht immer Glück haben ein Goldstopper zwei Rizzing Star ein Starspieler und ja kann euch nur empfehlen Adrenalin XL kann ich euch nur empfehlen Road to Brasil kauft euch die Booster und ja hoffen wir mal es wird natürlich noch weitere Openings geben über diese Booster und wir hoffen dann mal auf einen Master Top Master oder so wäre natürlich nicht schlecht zum Glück kam immerhin dieser Goldstopper raus und ja ich hoffe das Video hat euch trotzdem gefallen auch wenn der Pull nicht so mega gut war dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal euer Bußkanal